Verdammt, das ist ne Welt, wo wir uns anstrengen müssen. Oh, guck mal diese Vox wieder. Die waren geil. Fandte? Ich fand die Vox geil. Ich geh abwaschen. Bereit? Nein. Immer. Hä? Was willst du denn? Geil. Oh, mein Schwänzle wackelt sogar. No! Wie im echten Leben. Auf der Teller? Ja, an der Mitte. Wir könnten schon mal Lauch schneiden. Weil Lauch brauchen wir auf jeden Fall. Nein, komm her. Tu sie. Brauchen wir nicht, wie? Ja, ich hab's gesehen. Das Traffit dann schneller war. Ich geh abwaschen. Da ist kein IP geben, Venturi. Und dann brauchen wir viel mehr Fleisch. Die nächsten zwei Rezepte sind alle mit Fleisch. Oh, bleib mal auf dem Feuer, mein Freund. Mein kleiner Freund im Wok. So, ich hab noch einmal Fleisch. Du hast den, äh, anderen. Okay. Ja, wir brauchen gar kein Fleisch. Ähm... Ach, stimmt. Wir brauchen zweimal... Mit... Mit dem anderen da. Genau. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht wieder hier, äh, Gemüse nachschneiden. Ich hab das Fleisch. Ich hab das Fleisch. Ich hab das Fleisch. Egal. Deine Ahnung können abgegeben werden, Traffi. Ich hab das Fleisch. Und... Es fehlt noch... Nix. Dann fehlt hier noch mal eine Schrimpse. Schrimp, Schrimp, Fleisch, Fleisch, Machen wir mal wieder einen Schrimp. Deiner brennt an, Trafi. Sorry. Mhm. Du hast jetzt, welchen machst du? Aber wir haben beide Fleisch, okay. Schaffen wir das? Ja, den einschaffen wir noch. Ah, wir haben kein Fleisch geschnitten. Ach, ich hab ja Fleisch. Hört nicht auf mich. Hört nicht auf das Kaninchen. Geh weg, du Vogel. Fuck! Wird nicht reichen. Brinte, Trafi! Sehr gut. Ich find' eine richtig schöne Teamarbeit. Unerwartet gute Teamarbeit. Wird ich von uns nicht mehr gewohnt. Das Spiel auch nicht. Das ist levelabhängig, oder? Das Spiel ist auch nicht von uns gewohnt, dass wir gut und vernünftig zusammenarbeiten. Meinst du? Ja. Hm. Ich mag die Vox. Die sind cool. Das find' ich ne nette Idee. Und die dünnsten. Oh Gott, ein Kevin-Level. 1180. Bereit? Nein. Nie. Aaaaaaah! Ha! Läuft den weitesten Weg, du Lappen. Ruhe! Aaaaaaah! Zeit läuft übrigens. Nur mal so nebenbei. Aaaaaaah! 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 Weg, 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 weg! Mein Lebensgefährte! Aaaaaaah! Mein Gott! Mein Gott! Der Gott! Er verfolgt uns! Geht weg! Hast du mit weitermachen, Mädels! Er brennts grad an! Ja! Der gefällt mir. Ist die ganze Zeit so im Kreis? Teller, 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 Teller. Ist das deren Ernst? Haben wir keine Teller mehr? Nein. Ah gut, er ist weg. Er kommt wieder. Was kommt jetzt? Wo sind wir eigentlich? Am Erden. Okay. Hier ist das dritte. Sehr gut, Drabi. Ah mein Gott, der Drache kommt. Der Drache geht in die andere Richtung. Ist doch ne Hohn. Es ist doch blanker Hohn. Wieser Drache. Teller, da hinten stehen noch welche Kater. Was? Ich hab was in der Hand gehabt. Das Dörfer aber nicht abgeben. Und ich kann nicht auf den Teller packen, wenn ich was in der Hand habe. Mal Emi. Herr Kater. Ach, wann ist alles weg da? Was willst du hier? Ach, das ist einfach... Das ist nur Chaos hier. Drache! Ich brauch mehr, ich brauch mehr. Ich brauch mehr. Der Drache ist gut. Der Drache ist super. Tschüss, Drache. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Shrimp. Oh, der Drache ist wieder am Start. Ah, das ist schon okay. Hm, Drache. Nase. Aus dem Bild, aus dem Bild, aus dem Bild, aus dem Bild. Schnell, lauf, lauf. Sprinte. Sehr gut. Aufbäumen. Für die Leute, die nach uns sind, ich hole mir noch eine Möhre. Meine. Guck mal, er freut sich. Mein Vogel freut sich. Eine Möhre. Funden sich alle, oder? Ja, funden sich alle. Drei Sterne wieder. Außer Traffi. Traffi hat keine drei Sterne. Oh. Häh. Häh. Oh. 840 Punkte. Das wird anstrengend. Hallo? Vox. Alle da? Ja. Gott. Oh nein, mit was zum, okay. Genau, das dachte ich mir. Ich hab ein bisschen mit gerechnet, dass das gleich passiert. Ich hab übrigens auch das ungute Gefühl, dass der, ähm, Weg sich verabschieden wird. In wäldiger Balde. Ich hab das immer so negativ. Ich habe, ähm, Vermutungen, die ich in den Raum werfe. Ah. Und das auch. Mexican Stander. Oh. Der Mann muss aufs Feuer. Nudeln sind drinne. Tschüss, Traffi. Wo bin ich? Ich war kurzzeitig weg vom Fenster. Mir fällt's im Kopf. So, Traffi, was machst du da? Oh, Miami blockt mich hier weg. Das heißt, es beantwortet es nicht so sehr die Frage, was du da machst. Ich wollte nur helfen. Mann. Warum fehlt hier die Hälfte? Weil ich bei deinem mitgemacht habe. Da. Der muss auch aufs Feuer, der Bock. Damit wär das nix mit dem Gemüsebrei. Mann. Traffi, was machst du denn da? Der fällt. Was denn Drachen schon? Stellst du dich hier wieder an, ne? Ja. Heute? Er konnte da tauchen, okay, bei Shihiros Reise ins Sommerland. Was? Klar warst du? Er konnte da drachen drauf tauchen. Hab ich nicht gesehen. War ja auch der Drache von dem Fluss. Oh, guck mal, ich bin drauf hingegangen. Du hast die Hälfte Reise ins Zauberland nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen. Ja. Noch nie. Noch nie. Heute kam ein neuer Ladybug-Film im Fernsehen. Was? Wieso hab ich davon nichts mitbekommen? Ja, weil sie keine Werbung gemacht hat. Der kam gestern schon. Oder heute Vormittag. Da hab ich ihn verpasst. Und dann hab ich ihn jetzt Nachmittag nochmal geguckt. Auf welchem Sender kam der? Er, Disney Channel. What? Du musst Disney Channel abonnieren. Warum sagt mir niemand, dass die Ladybug haben? Ich hab doch letztens gefragt, ob es nicht lohnt, ob ich Disney Channel abonnieren soll. Nein, du redest von Disney+. Ist das nicht das Gleiche? Disney Channel, nein. Wieso haben die drei Sender? Lauf. Traffi. Sprinte. Wieso haben die so viele verschiedene Sender? Warum nicht? Damit ist doch ganz klar, dass keiner versteht, was sie da anbieten. Dann abonniert man das falsch und wundert sich, dass nur irgendein Unsinn kommt. Und nicht das tolle Miraculous Ladybug. Oh, ein bisschen Schwein! Find ich ja alles Schwein. War ja vor ein paar Jahren. Scheiße, du. Muss ich mal gucken, ob ich ihn irgendwo bei YouTube finde oder so. Äh, noch nicht. Dauert noch ein paar Tage. Dann kommt er aber auf jeden Fall noch irgendwo zum Streaming. Ach gut. Nichtspoilern. Näh. Hm. Dumbledore stirbt. What? Das hast du in mir den dritten Band von Harry Potter gespoilert. Man, so weit war ich noch nicht im Lesen. Der stimmt, dass du fünften, du älter. Auch nicht im sechsten. Oh, bitte lass mich alleine. Ich bin allein. Oh mein Gott. Wieso bin ich denn immer mit Miami? Die hast du mich auch. Das war richtig gut geworfen. Das war richtig gut geworfen. Was macht ihr? Werfen. Ja, aber bitte nicht in den Mixer, weil jetzt ist der nämlich, das ist der Müll drin. Bin ich. Ach, Taffee. So. Vorne S und hinten O. Ähm, Achtung, hier kommt was. Hm. Zum. Dünsten. Und ich brauche noch irgendwie mal ein Schinken hier in den. Du meinst eine Karotte. Ne, das brauche ich. Achtung. Nein, lass den. Lass doch stehen. Nein, weil wir brauchen das. Achso. Aber er ist ein dritter Sterner. Wo ist denn hier der Schinken? Haben wir den schon mal gekriegt? Ja, der kommt hier, weil ich einfach ewig keinen bekommen habe. Der muss geschnitten werden, der Schinken. Achso. Ist kein Schinken. Oh, mein Gott. Der brennt übrigens fast an, nur mal so den Ball. Nein, tut's nicht. So, jetzt das, das das andere. Teller. Achtung, hier kommt was. Hier kommt's, der Reen, again. Haben die, hat da, äh... Was? Hatta, hatta? Hatta, hatta? Hatta, hatta? Hatta, hatta? Hier ein Teller, zwei Teller, drei Teller, irgendeinen Kauderwelsch. Hier ist Müll. Also, jemand, wie... Irgendjemand, der Katta wie heißen Müll zusammen gemischt hat. Das ist schlimm eine letzter Zeit mit denen. Ach, halt den Mund. Wo sind wir denn übrigens? Wir haben doch... Wo sind wir? Beim ersten... Nein, beim dritten jetzt. Offensichtlich nicht. Was brauchen wir jetzt? Fleischkarotte. Erstmal brauchen wir ruhig sein. Vielleicht haben wir doch so einen, Katta. Hier. Hier. Nee, gar nicht, mal halt irgendwas. Weck da unten, du Eule. Kaa. Ach, ja. Naja. Kaka, kaka. Oh, mein Gott. Hatta... Traffi! Was denn? Was hast denn du jetzt gerade gemacht? Ich wollte eine Karotte holen, aber dann ist mir aufgeregt. Da liegt ja noch einer auf dem Fußboden bei ihm. Wir brauchen keine. Ja, Maimi? Die wandern übrigens gerade im Müll. Wer? Die Schalen. Das ist nicht so schlimm. Die spawnen bei mir denn. Guck mal, die spawnen bei mir. Siehst du das? Jetzt haben wir keinen Schrimp mit Soße. Ja, ist er doch. Ich sag, wir können das doch abgeben. Nein, jetzt wartest du. Ja, ich warte. Ich stelle mich hinten an. Ah, der Möhren-Eintopf. Hat nicht gereicht. Ich war so lange nicht mehr allein. 1.240 Punkte. Wir waren so knapp dran. Fast. Fast. Seid mal Konzentration hier. Ja. Ja. Das heißt auch. Da. Und da. Fleisch kommt. Also Fleischpetti kommt hier. Bitter. Bitter. Ich komme mal ein Mehl. Aua. Ich will noch an mir Machst du Ich weiß nicht, was ihr macht Ich bin hart konzentriert auf meiner Seite Das tut dem Essen nur gut Ich bräuchte auch mal Zutaten, das wäre ganz cool Müsst mir mal vielleicht ein bisschen so ab und an sagen Wenn das fehlt, damit ich das Weil ihr habt das nicht so ganz im Blick Falls ihr das merkt, dass ich da irgendwas verpasse Warte Hier kommt Zweimal Und Fleisch Der muss zuerst Ups Fleisch Ich bin nicht so Bei welchem sind wir denn gerade? Ihr wisst, wo ihr seid? Das ist gut Nö, wir brauchen Fleisch Mäimi ist gestorben Glaube ich Mäimi? Ich bin noch hier Ja, ich bin dabei Jetzt Fleisch abgeben, Trophy Reicht nicht Reicht nicht Sicher? Nein Neun Punkte Das kriegen wir nicht Zwischenzeitlich hatte ich einfach Nicht mehr den Überblick Was ich euch noch geben musste Dann müsst ihr mir das sagen Also wenn ihr merkt, dass ich ihr nicht das Fleisch zum Beispiel habe Weil ich muss euch das Fleisch und sowas geben Wenn ihr merkt, dass ihr das nicht mehr genug habt, müsst ihr mir das rechtzeitig sagen Weil ich verliere irgendwann den Überblick darüber Ja Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Cool